Hallo und herzlich willkommen. Jetzt kommen wir zum unbeliebtesten Teil des Anfanges. Ich lese euch vor. Der Anfang. Der Anfang. Jede Reise ermöglicht neue Begegnungen und jede Begegnung führt zu einem Abschied. Wenn ein Abschied wiederum in eine Reise mündet, öffnet die Welt ihre Herzen. Er weht vom Licht oder verführt von der Dunkelheit Freunde, die die gleichen Bände verbinden. Obwohl ihre Wege sie woanders hinführen, wenn du an deinem Weg zweifelst, den du bisher beschritten hast. Wenn du an deinem Weg zweifelst, den du bisher beschritten hast. Wenn die Hände, die du hielst, verloren scheinen, blicke erneut auf das Herz, das einmal war. Denn es hält alle Antworten bereit. Zwischenspiel Zwischenspiel Ein langer Traum und Trauergeabschied liegt in der Luft in dieser Zwischenwelt. Es ist die Wirklichkeit. Es ist die Illusion. Der Weg, den der Junge einschlägt, hat führt zu seinen Erinnerungen. Bist du gefangen im Fluss der Tag und Nacht? Wie? Und du von Stück auf. Okay, nur von vorne. Bist du gefangen im Fluss der Tage, der Nächte, die vergehen, blicke erneut auf deine Schritte. Dann wird all die Verwirrung am Ende haben. Die Zukunft Die Zukunft Kommt der Tag, an dem dieser Kampf, geboren aus Verwirrung, enden wird. Für jeden wird das etwas anderes bedeuten. Kann die Wirklichkeit, das allein, das verborgen liegt. Der Grund ist die bloße Existenz. Und doch, Erinnerungen kann man trauen? Keine Angst. Vertraue deinem Körper. Den sämften Schwingen deiner Erinnerungen an. Schon bald wird deine flüchtige Rast vorbei sein. Und alles wird beginnen. Wenn es irgendwann das gab, was das mit unserer Reise tun hat. Bitte in die Kommentare. Ich bin verwirrter als vorher. Die Spuretät und selbstwissen. Lest es euch unbedingt durch. Ja, warum soll ich das Buch lesen? Da steht nichts anderes drin. Warum? Warum Schwingen die Heartlosen noch nicht rum? Du hast die Vergangenheit verabschiedet hat eine riesige Füße von Hörlösen aus der Greatdarkness. Kein Fehler über das. Insofern, die Hörlösen sind Hörlösen, und Hörlösen noch in jeder Hörlösen. Die Hörlösen sind weniger, aber während Hörlösen ist in einem Hörlösen, wird es schwierig zu eliminieren. Gorge, das muss mean, wenn alle Hörlösen sind, die Hörlösen würden gehen. Jetzt ist es Zeit, zu sprechen von den Enemischen, die Sie verabschieden werden. Wenn ein, wie du, Donald, die Hörlösen verabschiedet werden, wird sie auch ein Hörlösen werden. Aber du kennst das. Die Hörlösen sind immer schlägt, und immer versuchen, neue Hörlösen zu verabschieden. Keine Ahnung, dann. Die Hörlösen sind immer schlägt. Die Hörlösen sind immer schlägt. đâu ist es in einer Lüse. Die Hörlösen sind. whose heart has been stolen away a spirit that goes on even as its body fades from existence for you see nobodies do not truly exist at all nobodies may seem to have feelings but this is a ruse they only pretend to have hearts you must not be deceived nobodies they don't exist now then the being you see before you is known as a dusk they are the most common form of nobody but there are others some larger some with frightening and unique powers be vigilant on your journey you will meet an alarming number of dusks they will all attempt to do you harm still they are nothing but empty shelves destined to return to darkness but the beings you see before you now are different these powerful nobodies have formed a group called organization 13 it commands the lesser nobodies organization 13 while heartless act on instinct nobody's function in a higher manner they can think and plan and it seems they are working towards a goal what that goal is we do not know the king sensed the danger and journeyed forth to fight it he found the dark realms keyblade and with it closed the door now he's traveling from world to world fighting the heartless as he seeks the answer to the riddle of the nobodies and organization 13 then i guess we better go find the king first well we won't know till we look yeah and the king must know where riku is because the two of them were together in the realm of darkness when we closed the door you know after defeating ansem so before you go you will need more suitable traveling clothes those look a bit too small for you through there you'll find three good fairies if you ask they'll create for you appropriate garments of course sora you sure are growing fast uh i guess so viel zu viel info weiter gehen me you guys riku and the king i don't care who this organization is or what it's planning with the five of us i mean six of us there's nothing to worry about right dada mazen kate noch die enthüllen namen der süßen feen hätten damen sonnenschein flora und fauna wir haben von hier gehört bei dir und wir dreideln und kalt an natürlich erst wenn ihr euch für eure Reise vorbeut habt. Äh, wie soll ich das am besten tun? Vorbereiten. Sonnenschein, meine Liebe. Diese Wand wird dir in dem Maß nutzen, wie du selbst am stärkeren Wissen dazu gewinnst. Deine Wahlkraft stummert noch im Inneren. Es ist seine Aufgabe, sie zu erwecken. Jupp, ich bitte rum. Well, look who's here, dears. Sora, Donald, and Goofy. Oh, if you're looking for clothes, you come to the right place. I'll do the designing. Oh, that will never do. Oh, now, now, dears. But don't you like this better? Hold on! Are you certain? Blue! Sind die nicht wunderbar? Ah, would you just decide? Oh, well, now. All right, then. Together now, dears. And no more squabbling. oh my oh it's lovely oh yes he does look very dashing now those aren't ordinary garments they have very special powers take the orb dear and watch what happens i love these windows this journey is going to be twice as difficult as your last oh your garments also have other powers but you'll have to discover what they are as you continue on your journey okay i'll do my best and thanks a lot oh and there's something else for you from master yens nd sucher ja wie du kommst du und die helden vor es wurde zugefügt die leiste wird in der rechten ecke angezeigt und wird verbraucht wenn du eine form benutzt gewinnst am stärke da du bei deinem wechsel in eine andere form die kraft einer gefährten leist während der tradition verschwinden diese allerdings und so sequenz du hast du verloren halt aus deiner kleidung gefallen zu sein es ist das da ist das drauf abgebildet die aus wie ein teil eines größenbilds noch ein geschenk das ist nicht von uns aber da ist aus der neuen kleidung gefallen ist hat es sich etwas mit deinem auto zu tun was gut drauf auch wenn du mehr diese teile findet solltest du sie aufheben vielleicht lohnt es sich und ich schreibe für dich auf was du schon gefunden hast wurde teile ja ja und über später so viel status die helden vom levitt man indem man attacken auf einfach einfach gegner schlägt hat sich gegner schlagen und dann hast du es ich besiege nur schlagen neue kleidung entzelt lora sonnenschein und fauna war wieder schätze schon gefunden teile erste karten alle beziehung hat sich erinnert den weekend carlo und so hat ne kleidung noch herzlose teile erwachen ja dann alle putze und verschwörst er das motiv sammle putzeile teile findest du für ort die augen offen manchmal index du teile die außer reich welche für dich sind geht zunächst weiter und versuche es noch einmal wenn so rasch stärker geworden ist die zweite teile erscheinen zunächst und rollt auf dem brett und die teile um ein motiv zu vollständigen köln wegen ablegen damit ist und mit x ist wählen oder ablegen manchmal kann so brutale drehen mit dem reichen stück dresden teile diese teile geschickt um ein motiv kritik auszurichten für das für das erfolgreiche lösen eines putzes bringt eine belohnung viel glück die Hey, it's the dummy ship. So, you guys ready to go? Now, now, just a moment. Because of your previous endeavors, the worlds have returned to their original states. That means the pathways between them have disappeared. How do we get around? Do not fear. If what the king suspected proves true, the worlds have prepared new pathways along which you may travel. These pathways may be utilized by unlocking special gates. How these gates are opened, I'm afraid I do not know. However, the Keyblade will serve as your guide. When a beam of light radiates from the Keyblade, return to the Gummi ship. Though the worlds may seem far apart and out of reach, they nonetheless remain connected by invisible ties. As do our hearts. Our hearts are connected. That is correct. Got it. But, be warned. As you proceed, the heartless and the nobodies will be using their own paths. Corridors of darkness to travel from world to world. They may be attempting to link these dark pathways to the gates between the worlds. I guess that's fair. Now then, that is all the information I can give to you. Go forth, Sora, Donald and Goofy. Everyone is waiting. Okay, let's get going. Master Legend. Master Legend. We sure do appreciate the help. My goodness, what's that? Haven't we seen this somewhere before? Yes, dear. I wonder whose it was. Malefica! No, we mustn't remember her name. Oh, dear. She was a mean old witch. Oh, no. The memories are coming back. What'll we do? Oh! What'll we do? Oh, goodness, no. Oh, no. This is Mary. Perhaps we should tell Master Yen Sid. Yes, that's what we must do. Hurry. Maleficent! 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 Howdy, Sora! How are you doing? Und so kehrt das Böse auch wieder zurück. Na, toll. Da hört man einmal, man hat sie los und dann kommt sie so wieder. Warum kann sie nicht weg bleiben? Hm. Aber schöne Informationen erst mal bekommen. Möge also Reihe. Reihe, hm? Reise. Witzig werden und erfolgreich. Was war hier? So, ha, 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 ha. Und wir haben nur eine Weltverfügung. Nur eine? Das ist so gut. Warte, ich denke, es ist eine Welt, die wir wissen. Die Weltverfügung. No! Hallo! Hallo Bustchen, doch diese Welt besuchen wir erst im nächsten Part, denn ich möchte einmal hier im Weltraum speichern. Um dieses schöne Bild zu kriegen. Ich meine nicht Donut, ich meine das Gummy-Ship. Euch noch einen schönen Tag und ciao, wir sehen uns im nächsten Part. Untertitelung des ZDF, 2020